Stellen Sie sich einfach mal vor, was wäre, wenn es Verpackungen geben würde, die einfach natürlich sind, die den heutigen Anforderungen entsprechen und trotzdem eine nachhaltige, ökologische Perspektive für das Morgen bieten. Frei von künstlichen Inhaltsstoffen, vielfach recycelbar und zu 100% biologisch abbaubar? Wie fänden Sie es, wenn es einen einfachen Weg gäbe? Durch die simple Verwendung anderer Verpackungsmaterialien, die Meere und das Klima nachhaltig zu entlasten und alles ohne dabei auf die Annehmlichkeiten und Vorteile konventioneller Verpackungen zu verzichten? Und was würden Sie jetzt sagen, wenn uns die Natur den Rohstoff dafür bereits seit Tausenden von Jahren zur Verfügung stellt? Wenn dieser Rohstoff längst existiert und wir ihn jeden Tag aufs Neue nutzen, ohne uns dessen wirklich bewusst zu sein? Hand aufs Herz! Haben Sie jetzt gerade an etwas so Simples wie Papier gedacht? Wir schon. Und das bereits seit 1877. Wenige Jahre nach Proklamation des Kaiserreiches legte der Buchdrucker und Buchbindermeister Albert Willeke den Grundstein unseres Unternehmens. Durch Eröffnung einer Buchbinderei mit integriertem Handel von Papier und Schreibwaren. Auch wenn der ökologische Wert von Papiererzeugnissen noch nicht der Wachstumstreiber von heute gewesen sein mag, rückblickend sind wir stolz darauf, unseren Wurzeln treu geblieben zu sein. So haben wir es geschafft, gute Ideen und über viele Generationen gewachsenes Know-how zu sammeln, um unsere Produkte kontinuierlich weiter zu verbessern. Und auch wenn sich im Laufe der Jahre vieles verändert hat, so ist die Basis für das, was wir tun, im Grunde immer dieselbe geblieben. Ein Rohstoffkonzept ohne Spätfolgen. Natürlich, nachhaltig, vorausschauend. Flexible Verpackungen aus Papier sind damals wie heute unsere Stärke. Doch im Gegensatz zu damals produzieren wir heute mit über 50 Maschinen inline. Das heißt Rohmaterial rein, fertiges Produkt raus, bedruckt, gefaltet, geklebt und geschnitten. Technisch anspruchsvolle Druckbilder bis zu 8 Farben fertigen wir im Vordruck. Sowohl inline als auch im Vordruck setzen wir seit Jahrzehnten erfolgreich das Flexo-Druckverfahren ein, womit wir auch Sie überzeugen werden. Für den richtigen Ton sorgt eine hochmoderne Farbmischanlage. Selbst aufwendigste Sonderanfertigungen erledigen wir schnell und zuverlässig. Auch wenn unsere Kunden außergewöhnliche Formate und Druckbilder benötigen, setzen wir ihre Wünsche mit allen uns zur Verfügung stehenden Möglichkeiten bestens um. Unser erfahrenes Designerteam besteht von der Beratung bis zur Umsetzung der Verpackungsgestaltung kreativ zur Seite. Das Ergebnis? Produktverpackungen mit Mehrwert. Vom Gebrauchsgegenstand zum praktischen Werbeträger. Ein perfekter Botschafter für die Marken und Leistungen unserer Kunden. Immer im Blickfeld der Umgebung. Mit hoher Reichweite und unendlich vielen Kontaktmöglichkeiten. Wiedererkennbar und wiederverwertbar. GSD. Flexible Verpackungen, natürlich aus Papier. GSD. Flexible Verpackungen, natürlich aus Papier.